Anlässlich einer Pressekonferenz stellten Landeshauptmann Hans Nissel, Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl und die Verantwortlichen der WIBAK und der Betreibergesellschaft die neu errichtete St. Martins-Therme vor. Und ich denke, dass die St. Martins Lodge ein ganz wichtiger Schritt ist, dass diese Region eine ganz Jahresurlaubsregion wird. Am Rande des Nationalparks Neusiedlersee gelegen, bietet die Therme nicht nur Erholung und Entspannung, sondern auch Naturerlebnisse. Untertitelung des ZDF, 2020